Bei uns liegt das Bäckerhandwerk in der Familie. Früher nahm ich schon mein Opa immer mit zum Bäckerfrühstück. Diese Tradition führe ich auch heute noch weiter. Ich fühle mich sehr wohl bei der Bäckerei Hetzow. Wir sind ein gutes, starkes Team. Und ich bin ganz stolz, dabei sein zu dürfen. Wir beziehen ganz viele Rohstoffe hier direkt vor Ort und unterstützen damit die Bauern. Und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Wir haben natürlich viele eigene Produkt-Highlights. Einmal unsere Brombachseher Kirschstotte oder unser Herzog Weckler bis zum rustikalen Herzog. Unser Handwerk ist das schönste auf der Welt. Wir können mit Händen, mit lebendigen Rohstoffen Sachen kreieren, die andere Leute genießen dürfen. In unseren Cafés in Absberg, Weißenburg und Mur am See machen wir täglich unsere Kunden glücklich. Wir können mit Händen, 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 mit Händen Untertitelung des ZDF, 2020